hallo ihr lieben und willkommen zurück zu einer weiteren runde dota 2 ich spiele zusammen zum einen mit deline hallo den kennt ihr ja schon und heute haben wir einen gast den kainak hallo keine darf heute mit uns spielen darf fühle mich sehr geehrt wie das klingt also eigentlich freue ich mich sehr dass du da bist ich glaube ich glaube ich soll mit hellblau gehen weil der meinte ich sollen irgendwie supporten deswegen kannst du mit ursa irgendwie woanders hingehen oder andere lehnen okay oder doch nicht egal wollte damit mit also du kannst jedoch jedoch mit ihm einfach hoch aber dann seid ihr zwei melis unten glaube ich das ist ja dann auch schwachsinn das stimmt also ich wollte auf jeden fall unten hin weil ich dann schnell zu rohschern kann wieder der rohschern ja ich mag ihn er ist unten hingehend weil ich kann die allein nicht an deine übernehmen dann wenn lina geht so dann gehe ich bottom genau das wäre gut haben wir uns jetzt alle geeinigt das ist ja schon schon cool dass man jetzt dass wir quasi die mehrzahl des teams bilden da kann man schon viel mehr absprechen und hat schon jemand ein kurier gekauft das war ich diesmal sogar ich hab's dran gedacht sehr schön habe ich doch sehr schön ja ja endlich hast du es mal gekriegt so fast nicht gemeint ich hab mich nur gefreut dass ich nicht machen muss weil ich bin ja eigentlich gar nicht dafür ausgelegt und ich spare mir gern die 100 gold so ich muss jetzt oben hin da genau das zuerst glaube ich ich würde es mal aus dem kopf zu spielen ohne irgendetwas was mir vorgeht was ich was ich bauen sollte und so aber da ist schon ich glaube unser einer ist schon tot und naja die machen hier voll 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 all in warum warum tut ihr das ich verstehe das nicht vielleicht schaffen sie es ja ich hab ja vorher mal in luna gespielt und hatte mitgefahrt und da habe ich mal mit dem franzidischen gewählt ist mein internet haben wir jetzt gegen also wir haben das flussblatt bekommen aber ich glaube das lohnt sich trotzdem nicht geholt in der hoffnung dass ich damit jetzt etwas besser dastehe als mit der schwachbrustigen wuna ich lass mich positiv überraschen ja jetzt bist du ja doch da oben ach so ja ich wollte runter ne ist egal jetzt muss ich das halt alleine da unten machen ne würde ich sagen zu dritt auf einer lane ist schwachsinn dann klaut ihr euch auch gegenseitig die erfahrungspunkte also jetzt muss ich mich an die angriffsanimation gewöhnen ich war verwirrt bedenke mein alter so du bist jetzt der älteste in der runde ja hat man das so laut sagen sagt es nur damit ich mich jung fühle so selbstschutz keine ahnung ja stimmt ich hätte mich jetzt die ganze zeit auf diese obere lane konzentriert aber boah ey sind die übel zu zweit da unten ja ich komm ja schon halt noch ein bisschen durch äh jo ich bin fast tot so war das nicht gedacht die hier oben das nicht weg drücken das wäre ganz nett okay das war jetzt das war jetzt richtig mächtig die spielen bestimmt zusammen kann man das irgendwo sehen ob die zusammenstehen hinterher kannst du das sehen ja sprechen sich nämlich ganz schön gut ab da unten aber es ist wahrscheinlich das das wäre eine dreiergruppe als gegner haben stimmt ja noch mal kurz nicht bis dann zurückzunehmen mana zu regenerieren weil tränke also man kann ja auch auch immer getroffen wird gegner ja das ist ich nur das tango nicht das ist echt nicht so gut jetzt sind sie zu dritt unten stürzt dich da auf ja der war fast kaputt schaden machst du ja ping doch noch mehr hör doch mal auf die die miniens rein zu drücken das würde helfen dann könnte man dann macht er die ganze zeit die wave kaputt und die soll unterm tower jemanden stammen oder was schön ach nein doch nein nicht schön bist du mit deinem spielpartner oben nicht zufrieden nee nicht nicht so wie ich dann wäre zu keinig ist das erste mal gestorben schämlich ich muss ja meine tradition irgendwie treu bleiben ich habe keine vorher schon mal gespielt das findet sie aber tatsächlich dann irgendwann auf meinen 20 jetzt wenn dieses video gibt müsste schon auf einem englischen kanal sein ein bisschen werbung zu machen oder bei dir die zusammenfassung ja auch englisch gefällt ja ich sollte keine werbung machen das recht sich jetzt habe ich die falschen trank genommen verdammt das kacke ja wo läuft er denn hin sollte uns irgendwie absprechen dass wir zu zweit da sind wir die anderen zu zweit sind was macht er jetzt für eine party da ja da der da die halbe map gerannt ok ich bin mir nicht sicher ob das wert war da in der mitte weil sie sind beide rausgekommen ja komm wieder zu mir ich muss dann auch demnächst schon richtung wo schauen gab die zeit so langsam ne auch nicht tun bleib da ruhig ein bisschen weg ne sie sind nicht ganz ungefährlich dazu zweit vor allem weil der eine einen ja damit mit diesem netz ein kerkern kann ja so ich verziehe mich mal nach links zu seinem kollegen rohschaden ich brauche erst mal meinen gegenstand dann habe ich jetzt gar nicht gedacht wieder einmal unkonzentriert und wo macht wo sollst du die lane weiter verteidigen jetzt müssen rückenwirken geben und flanken ja die sollen denken dass alles in ordnung ist sonst fangen sie mich nämlich am ende noch ab ja irgendwie muss man hier ein bisschen nebenbei kaufen das vergesse ich immer ein p ist kein shop na toll ich bin jetzt schon wieder hier weggelaufen und er ist unsichtbar einer okay rennt die ganze zeit von der lane runter das finde ich nicht cool ich wollte gerade jemanden der auf der lane bleibt kriegt das nicht alleine verteidigt aber das ist mir nicht bewusst und oder egal die hat gerade direkt um die ecke jemanden gekillt jetzt komme ich wieder zu dir auf die lane sehr nett dank oh ja okay so wie habe ich denn hier eigentlich stehen wie ein wildfire ich muss ja mal mit stück weg sonst wäre ich hier gleich gegangt ich habe eine ganz schöne reichweite ja das lena ist am anfang stark und wird dann schwach das haben wir doch letztens festgestellt irgendwo haben wir also ich nicht achso ich hatte gegen sie gekämpft und ich habe am anfang ständig abgelost und dann ab einem gewissen punkt ja aber ich bin dafür irgendwie unfähig ich habe nämlich zu wenig mana und ich kann nicht last hätten bin dafür zu schlecht okay lauf doch und ja aber trotzdem auch wichtig dahin latschen das ist ein tolles flieger ein huhn ich war ein huhn oh dann laufen wir ja aber wieder zurück wieder zurück wieder zurück ich hasse diese langsame animation und lauf dem doch nicht so weit nach du idiot klar dass das nicht gut geht klar dass das nicht gut geht klar dass das nicht gut geht ja aber er hat uns den Arsch gerettet das muss man dazu sagen okay Zeit um zu heißen zu wenig lebe nicht so weit nach vorne ich laufe okay wer kommt denn hier an ich wurde eingeholt nein 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 ja blöd war es hier dies also wir jetzt verlieren sind wir tatsächlich mal so halb richtig schuld weil wir einfach drei viertel des, also drei fünftel des Teams sind so bitter das auch ist das stimmt ich will gar nicht so viel Verantwortung haben wir sollten uns geilesfalls noch zwei leute suchen So können wir immer noch sagen, die anderen haben gefeatet. Nein! Jolte! Okay, aber ich vermute, wir haben ja noch ein anderes Team, weil die beiden Blauen, die machen hier gerade Party überall. Die gehen immer von Lane zu Lane und machen die Leute kaputt. Oh, wir haben inzwischen einen fliegenden Kurier. Das ist ja ganz schick. Aber nichtsdestotrotz, die beiden hier unten auf unserer Lane arbeiten auch ziemlich gut zusammen, dafür, dass sie, wenn sie sich nicht kennen, gehen. Jep. Ne? Au! Oh! Uh, du, 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 du! Ich bin wieder mit 100 Lebende weggekommen. Das war knapp. Viel zu knapp. Viel zu knapp für meinen Geschmack. Oh, und ich brauche 75 Mana, um hier weg zu porten. Ich kann nichts tun. Ich bin low. Was soll ich denn machen? Noll. Guck mal das da an. Der fährt einfach. Der fährt unser Katapult hinterher. Oh, wir haben welche, die beschimpfen uns, ist das nicht nett? Ja. Das macht Spaß. Wann hast du das wieder ausgestellt? Nein. Ich habe das letztes Mal nicht ausgestellt und ich habe nichts geändert und diesmal sehe ich es. Hm. Also, ich weiß nicht, was das letztes Mal war. Oh, ich habe den jetzt hier gekauft. Wie so ein Filter hattest du. Ähm. Okay. Warum machen wir das jetzt nicht funktioniert? So, sehr schön. Äh, ich vermute aber, die wollen nicht mehr verteilt spielen. Wer jetzt? Ja, hier. Was auch? Die laufen immer zusammen rum. Das ist ja eigentlich ganz gut. Hm. Ich muss mich mal schnell heilen. Ein bisschen abwägen. So. Ich drück mal hier oben nicht weiter. Oh, da unten ist ja, da ist ja Party. Jupp. Ja, ich kann, komm da nicht hin, dummerweise. Aber ihr seid doch zwei gegen einen. Oder wann, 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 wann kann ich noch zwei Gegner? Naja, ja, 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 das nicht. Ah. Ja, macht ihr euch jetzt beide rund. Das ist aber schlicht. Ne, macht's ja nicht. Fuck. Ja, er hält mich fest. Dann hab ich nicht gedacht. Das war dumm. Hm. Ähm. Ja. Jetzt sitzen sie alle da unten, okay. Oh Gott, ich bin viermal schon gestorben. Er läuft ja wie über die ganze Karte. Einfach da rein. Volles Ballett. Alleine bist eindeutig der Profi von uns. Hm. Allen so. Kannst du mir mal verraten, warum Skypen jetzt dauerhaft anzeigt, dass du online bist? Vor allem rechts unten, wo dieses Runen-Dinge... Da kommt jetzt die ganze Zeit, dass ich für online bin, oder was? Ja. Von dieser Karte kam bei mir gerade auch. Ja, nein. Kann man eigentlich das Traumportal irgendwie abbrechen? Weiß ich nicht. Ich glaub schon. Das hat nicht geklappt. Egal was ich gedrückt habe, oder? Mhm. Ich hab jetzt... Was ist denn die automatisch statt, wenn du ihn angreifst, oder so? Nee, das hat ja nicht so wirklich geklappt. Wird's geklappt? Wird's? 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 Ähm. Rosa? Warum stehst du neben uns? Ähm. Weil ich gerade verwirrt war. Da stehst du einfach da. Warum? Ja. Warum seid ihr jetzt... Ihr zwei jetzt hier unten? Weil wir... Ich wollte helfen. Ich wollte einfach nur helfen. Auf der Toplane war halt ständig ich alleine. Und da dachte ich mir, okay, dann gehst du halt mal dahin, wo hier die Gegner sind. Du hilfst. Ja, und jetzt lauft ihr mir beide nach, oder was? Das macht jetzt aber auch keinen Sinn. Ja. Natürlich. Weil da die ganze Meute ankommt, oder was? Hm. Wir sollten uns hier nicht aufhalten. Lina, du auch nicht. Also, die Line. Da unten ist jetzt gerade ungünstig. Ich gehe. Ah. Meinst du, sollte jemand nach oben gehen? Ja. Ähm. Ich bin gerade überfordert. Ja. Ich helb dir mal ein bisschen zum Prügeln. Du sollst den Letztnitz machen. Letztnitz, geh die Letztnitz machen! Hä? Moment mal. Ja. Ja. Okay. 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 Movementspeed. Ähm. Bist du jetzt hier ganken? Ne. Ich will, ich will hier weg. Ich wollte gerade sagen, die wissen nicht, dass du da bist. Ja. Das war nicht so schlimm. Die scheinen da Wurz zu haben. Ich glaube, ich kann dir da nicht wirklich gut helfen. Ne. Oh, boah. Da sind zu dritten ey. Dann will ich da nicht hin. Ne, bleib ruhig weg. Ist schon okay. Irgendwie, die Gegner benutzen, füllen meinen Magic Wand nicht auf. Das ist doch kacke. Wieso nicht? Keine Ahnung, die machen es halt einfach nicht. Ist das auch wirklich deine oder hast du denn geklaut? Achtung! Werde, kommst du nicht mehr weg. Ja. Festgenabelt. Au. Ich mag Kuni auch wehren. Mein ganzes Geld. Na, ist die Frage, ob sich Jungeln für dich wirklich lohnt. Ich brauche ein bisschen Erfahrung. Schau mal, ich bin Level 6 und ihr seid alle schon 9 bis 11. Also du kommst auf jeden Fall mit, wenn ich das nächste Mal Rohschaden mache. Der gibt nämlich gute Erfahrungspunkte. Ja. So, ich geh jetzt erstmal top, weil top niemand ist. Schnau mal. Na gut, ich komm mal im Moment zur top. Best mit Town Portal hin. Wenn man allein auf einer Lane ist, kann man halt auch Erfahrung umzuschaffen. Hab ich den jetzt bekommen. Aua. Na, der Turm ist ja schon angekratzt. Na, ich mach mal zurück. Weg, 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 weg. Zurück, zurück, zurück. Das ist zu schwach, um dich gegen Creeps zu stellen. Das ist nötiges Leben verlieren. Das Problem ist, dass wenn man gegen Creeps kämpft und das auffängt und nicht tankt, ist, dass man dann echt gelitten hat, wenn dann doch mal echt der Gegner um die Ecke kommt. Mhm. Weil man schon angeschlagen ist, meinst du? Genau. Okay, der blaue. Das ist bei mir ein bisschen obsolet, weil ich, ich krieg halt... Ach, pass auf, da unten. Okay, gleich den Typ schon wieder. Boah. Und vor allen Dingen zwei. Okay, weg, 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 weg. Für mich hat er schon. Ich gehe. Ich noch nicht. Martin, offenbar. Fuck. Ey. Das war nicht gut. Dass er so low reingeht. Lina. Nein. Kommst du da rechtzeitig runter? Na gut, jetzt sind die, die haben unsere Creeps gerade gemanagt. Okay. Hui, ich kann schneller laufen. Äh, ich muss zum Secret Shop. Ich guck mal, ob's, ob's Roshan wieder gibt. Roshan, Soul Booster? Gut. Gehst du über die Bottom Lane, oder wie machst du das? Ja, genau. Geh ich doch schon mal vor. So, erstmal Mana Regeneration hier. Geboostet. Nehmen wir hier doch die Creeps mit. Wo ist denn denn meine Schuhe jetzt eigentlich? Oh, Entschuldigung, ich hab ja gerade den Kurier weggekriegt. Ach, kein Problem. Oh, oh. Kommen zu dir alle. Weg. 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 Oh, die ist da alle. Ahhh. Natürlich nicht so gut. Was für eine Schlacht. Was für ein Blutbad. Leider, ja. Nicht zu unseren Gunsten. Da hab ich gedacht, den haben wir im Minitisch. Ich muss das mal hier. Tatsächlich, Lumi, wir sind beide 0 zu 6. Das ist ganz schön frustrierend. Ich guck schon die ganze Zeit die Statistiken nicht an, deswegen. Wir sind aber auch jetzt schon hier ziemlich okay, ne? Level 15, der eine. Ach, unsichtbar. Das ist doch kacke. Oh, ja. Radiant Strukturen sind fortified. Ähm, okay. Das ist nicht gut. Ja, wir müssen uns jetzt mal irgendwas überlegen. Ja, wir sollten immer die Bottom Lane nicht kümmern oder sind die zu stark zu zweit? Die sind überall zu stark. Die Ränder halt immer passend sind. Also ich würde sagen, dass Kainik und ich auf jeden Fall nochmal zu Ruhstein gehen, um uns ein Level abzuhören. Oh, oh. Oh, oh. Ist gut. Festhalten, nerv. Keine schon. Sieht die doof, Mann? Oh, oh. Ja, also nicht auch doof. Die sind einfach zu dritt und unsere anderen zwei laufen halt nicht mehr darum, wo wir sind. Die sind immer woanders hingelaufen. Das ist doch doof. Ich meine, ich habe nicht viel Geld verloren, weil ich habe es gerade ausgegeben, größteils, aber Ja, das ist halt Geil, ist trotzdem was anderes. Also das nächste Mal spiele ich diesen Putsch, oder Putsch, der hier heißt. Ruck, zuckab. Putsch ist es der, der ziehen kann, ne? Ja, ja. Habe ich festgestellt. Okay, der hat schon einen Blinkdecker oder was? Ja, okay, der hat einen Blinkdecker. Den muss ich mir auch noch holen, damit ich irgendwo rauskomme. Wie viel kostet der denn? So, komm mal zu mir, zu Roshan. Oh, nee, du bist gerade unten gebasht. Ah, ja. Du kannst ja schon wieder so einen Blinkdecker-Zauber, ich dachte, Zauber. Du kommst jetzt mit dem Zauber halt nicht raus. Also du kannst nur versuchen, da anzugreifen. Angreif, 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 da ist Unterstützung. Kommt, ich schreib. Ich hätte ihn halt kriegen können. Jetzt stößt halt unser Kandidat dort noch. Ich warte auch auf dich, bis ich den Tod mache. Oh, oh, Gegner. Der Schutz, der Schutz, siehst du das? Siehst du das? Boah. Blöd. Ich hoffe ich nur, dass er nicht gesehen hat, dass ich bei Roshan rein bin. Wahrscheinlich schon. Nee, der geht weg. Was, ein Idiot. Ich hatte Roshan nämlich schon fast am Ende. Ich wollte nur noch auf, ähm, keine Quarten. Ich war ja auch schon da und dann kam dieser Putsch um die Ecke. Putsch, Patsch.